...Tote. Grüß Gott! Grüß Gott! Servus! Herzlich willkommen zu 321 Michel Müller, der ersten und einzigen satirischen Nachrichten-Chat-Show im Fernsehen. Und das waren ja wieder Nachrichten in der Woche. Man kann ja schon sagen, es war eine beglobte Woche. Jürgen Klopp, der Beiser vom Westfalenstadion, hat bei Borussia Dortmund um Vertragsauflösung gebeten, weil er jetzt erst mal eine Auszeit braucht. Gut, er ist ja 2008 Trainer beim BVB. Wenn du sieben Jahre lang nur Schwarz-Gelb gesehen hast, kriegst du irgendwann mal das Gefühl, du bist ein Hummel. Und willst du vor Pflege? Aber nicht nur die Jürgen Klopp war das Thema der Woche. Nein, auch unser Papst Franziskus hat offiziell das Heilige Jahr ausgerufen. Ein Jahr im Zeichen der Barmherzigkeit. Da sind viele erschrocken und haben gesagt, Barmherzigkeit, das passt uns jetzt aber gerade mal gar nicht. Ja, die waren dann richtig erleichtert, wie es gelesen hat, das mit der Barmherzigkeit geht erst im Dezember los. Weil das heilige Jahr ist erst 2016. 2016 ist also das heilige Jahr, ob das jetzt mit dieser Fußball-Europameisterschaft nächstes Jahr zusammengeht, ich kann es eigentlich nicht vorstellen. Aber das ist ja heute quasi eine Chartshow, mein wöchentlicher Countdown. Und wir zählen die Ereignisse-Runde von 10 bis 1. Das ist genau das Richtige gegen die Frühjahrsmüdigkeit. Obwohl ich mir sag, wer bei der Uhrzeit immer noch wach ist, der hat ke Problem mit der Frühjahrsmüdigkeit. Ich glaub ja sowieso, das ist alles total übertrieben mit dieser Frühjahrsmüdigkeit. Das geht schon los beim Uhrumstellen, wenn sie mal sagen, Na, der Körper ist verwirrt, das Herzinfarktrisiko wird immer größer, man hat ein Jetlag, es ist alles nix mehr so schön. Hey, Uhrumstellen. Bei manchen Ehepaaren ist das das einzige Aufregende, was noch im Schlafzimmer stattfindet, Uhrumstellen. Fangen wir aber an mit unserem Countdown, und zwar mit Platz Nummer 10, Obama. Platz Nummer 10, Obama und Raul Castro. Die ham sich ja am Rand des Amerika-Gipfels in Panama nicht nur die Hand geben, nee, sie ham auch noch miteinander geredet. Ist das jetzt wirklich der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, oder waren da einfach ein paar Frühlingsgefühle zu viel im Umlauf? Was willst du machen, wenn die Hormone verrückt spielen? Aber dazu haben wir unsere Experten auf der Strasse befragt. Mal schauen, was die dazu zu sagen haben. Also ich find's ja grundsätzlich schon mal gut, wenn man so versucht, so ein bisschen chillig und in Frieden miteinander klar zu kommen. Weil das muss man sich mal vorstellen, das waren jetzt 50 Jahre Eiszeit. Und ich hab's nicht mitgekriegt. Ja, da muss man sich erst mal fragen, was diese Annäherung überhaupt bringt. Ja, die Zigarren werden irgendwann mal billiger, auch bei uns in Deutschland. Ja, dann fängt mein Untermieter auch noch das Zigarre-Rauchen an auf dem Balkon. Mir langt jetzt schon dieser widerliche Gestank und dieser ganze Rauch bei seinem wöchentlichen Grillabend, wenn das immer zu mir raufzieht. Ja, aber da kannst du die Polizei anrufen, wie du willst. Da kommt keiner. Also, wie ich das gehört hab, gell, da hab ich aber sofort meinen Grill auf meinem Balkon angeschmissen, 15 Kumpels eingeladen. Du, wir haben uns gepflegt, da war Cuba Libre reingezogen, und hab wann hast du geraucht. E nach 12 Kumpel-Libre hab ich noch nicht mal mehr meinen nervigen Obermieterin gehört. Trost. Obama reicht Raoul Castro die Hand. Also, da muss ich ganz ehrlich gesagt, so großartig ist das jetzt auch wieder nicht, oder? Ja, bitte, irgendwas muss ja der Obama jetzt machen, so kurz vor Ende seiner Amtszeit, weil sonst bleibt ja überhaupt nichts von seiner Regierungszeit übrig. Obwohl, wie hat der Obama gesagt? Es war Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Es war Zeit, etwas Neues auszuprobieren. Das klingt so bissel wie, ich hab grad nix anders war, hab ich mich halt mit den Havanna-Schasch getroffen. Hallo! Aber wie hat der Obama gesagt? Ich hab deutlich gemacht, dass wir nicht aufhören werden über Demokratie und Menschenrechte zu reden. Tja, des is schon klar, drüber reden können die auch müssen. Praktiziert uns es ja weniger, gell? Ja. Ja. Hallo, mittlerweile werden doch in Amerika mehr Menschen durch die Polizei erschossen als von Gangster. Ist doch jetzt schon wieder ein Schwarzer vor nem Polizisten erschossen worden. Ganz ehrlich, die einzige Chance als Schwarzer in Amerika zu überleben ist, wenn du Präsident bist. Hä, das ist er. Und das ... Und das hat der Obama geschafft. Er ist der Schwarzer Präsident von der United States of America. Aber ist jetzt auch bald vorbei, gell? An Obama-Stelle würd ich mir langsam aber sicher schon mal a Schuss sicherer wissen. Denn die Präsidentschaftswahlen stehen nächstes Jahr auch an. Und wer hat am vergangenen Wochenende seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben? Meine Nummer neun! Hillary Clinton! Ja! Die Hillary! Die Frau von Billy de Willi. Das hat man doch immer im Hinterkopf, oder? Dabei hat sich die Hillary Clinton wirklich über die Jahre entwickelt. Das ist so richtige Mrs.Präsident. Man muss ihr vielleicht noch beibringen, dass ihr ihre ganzen vertraulichen E-Mails net übers Privatpostfach verschickt. Aber wenn sie mal Präsidentin ist, hat die ja dafür Leute. Ich glaub, sie will sowieso bloß ins Weiße Haus. Nicht welchem ihr selber, sondern welchem Bill. Ja, weil da kennt er sich aus. Da kennt er alle Zimmer. Da verläuft er sich net. Ja, irgendwann geht es los. Und das mit die Praktikantinne. Ha! Er löftere zwar immer noch hinten nach, aber er weiß nix mehr warum. Es ist ja ... Das ist ja auch so was wie Sport. Und Sport machen wir ja alle. Mittlerweile ist ja Sport so dermaßen wichtig geworden in unserem Leben. Und wenn du Sport machst, dann brauchst du natürlich auch die passende Kleidung dazu. Das Outfit. Das Outfit. Eigentlich ist das ja das Allerwichtigste beim Sport. Das Outfit. Sport an sich total übertrieben. Das Outfit ist wichtig. Und die neuesten Trends in Sachen Sportbekleidung, aber auch die allerneuesten Sporttrends und Fitnessgeräte gab's ja auch am vergangenen Wochenende auf der Fibo. Fibo hört sich ein wenig an wie eine Fachmesse für Thermometer. Aber nein, die Fibo ist die internationale Leitmesse für Sport, Fitness und Wellness. Und da kam's ja wirklich in Köln, waren die Leute wirklich dort. Und deswegen ist auch diese Fibo meine Nummer acht. Und dann hat man sich umgeguckt auf diese Fibo, hat man sich neue Outfits rausgesucht. Und wenn man dann nämlich so neue Outfits anhat und die neuesten Sporttrends mitmacht, wie zum Beispiel das da. Das sind Handeln, was die in die Hände haben. Handeln sind das. Ich hab gerade auch so einen Bowling-Kucheln mit Griff. Für Leute, die das Umfalle von den Kegeln nicht hören können, dann hält man sie gleich. Aber wenn man jetzt immer die neuesten Outfits anhat und immer die neuesten Sporttrends mitmacht, dann sieht man ungefähr so danach aus. Das ist übrigens ein Bild von mir. Ja, nebenbei mal bei die Karl-Mai-Festspiele mit. Nein, ich bin natürlich nicht echt, so eine Figur hab ich nicht. Das ist auch so was, da hast du einen Waschbrettbauch, hab ich nicht. Ich hab mehr Wintergarten. Das ist, ja, nein, da hast du so eine Figur, da musst du aufhast, da dürfst du nix mehr ess. Kannst Schweinebraten? Schweinebraten. Mit Bärlauch-Kruste. Das ist ja jetzt auch da. Bärlauch-Zeit. Jetzt geht's ja wieder los. Überall Bärlauch, Bärlauch-Butter, Bärlauch-Käse. Ich wart auf das erste Bärlauch-Eis. Überall ist Bärlauch drin und mittlerweile nicht nur Bärlauch. Mittlerweile kommt doch alles in den Kochtopf und die Bratpfanne, was ich so am Wegrand find. Brennnessel, Schafgarbe, Franzosenkraut. Hallo, das war früher Unkraut. Jetzt essen wir's. Jetzt sind wir ehrlich, da bist du doch früher mit dem Bunsenbrenner nachgegangen. Bunsenbrenner, nebenbei noch zwei Mietshäuser abgefackelt. Aber wurscht, hab doch das Zeug war fott. Hab ich irgendwas nicht mitgekriegt? Hat irgendjemand eine große Hungersnot in Deutschland angekündigt? Oder weswegen fressen wir die Schaf und die Kühe jetzt das Futter fott? Ey, kann Nickelverhungern qualvoll in die Stelle treten. Weil wir jetzt Löwensalat essen, Löwenzahnsalat essen. Das sind ja sowieso die Allerschärfsten, gell? Die immer in die Wirtschaft rein gehen, sich hinhocken und dann bestellen sie ein Wasser. Still, mit rechtsdrehenden Ionen. Und dazu ein Rucola-Löwenzahnsalat mit Bärlauch-Brennnessel-Dressing. Wow! Ey, der Koch lacht sich wahrscheinlich in der Küche verreckt und denkt sich, Ha! Endlich werden wir die Kandl im Hof wieder sauber gemacht. Jetzt habe ich Kandl gesagt. Kandl! Kandl! Das ist ja quasi ein typisch fränkisches Wort Kandl. Aber ich bin halt Franke. Ich verleugne das nicht. Ich will es ja gar nicht verleugnen. Weil ich bin Franke und fränkisch ist ein äußerst erotischer Dialekt. Okay, jeder stellt sich unter Erotik was anderes vor. Ja, die harte Seite der Erotik ist jetzt fränkisch auf alle Fälle nicht. Das ist sowas zwischen Blümchen, Sex und Shades of Grey. Da ist dann fränkisch drin. Und mittlerweile dürft man ja fränkisch gewohnt sein. Weil am letzten Wochenend lief ja auch der erste Frankendatort. Meine Nummer 7. Der Frankendatort. Über 12 Millionen Menschen haben den ersten Fall aus Franken gesehen. Und der Schreck war schon gleich am Anfang da. Das ist ja falsch geschrieben. Genau. Weil's so richtig ist. Gut, wie war der da dort? Wie sagt der Franke? Hat schon passt. Auf alle Fälle müssen die in Nürnberg einen Haufen Dunnels hab. Dauernd so ist irgendjemand bei Nacht durch den Tunnel durchgefahren. Dazu ist dann so eine französische Chanson gespielt worden. Ein französisches Chanson. Ist ja klar. Weil was spricht man in Franken? Jawohl, französisch. Zwischen Quellegebäude, Kaiserburg und Hauptbahnhof. Zwei dauernd weinende Frauen. Und zum Abschluss als Mörder. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Ja, ich bin im ersten Moment erschrocken. Und so was am Weißen Sonntag. Das war ja auch noch. Weißes Sonntag Kommunion. Ist auch nix mehr wie früher. Kommunion, wie war das früher? Das jetzt rede ich auch schon von früher. Ich bin 1972 geworden, mein Jugend, 80er Jahre. Das ist schon eine Entwicklung. Bei uns gab's noch kein Smartphone, wo du E-Mails verschickt kannst. Für die Hosentasche. Nein. Bei uns. Unser Smartphone war an der Straße g'standen, war zweigeteilt und hat Telefonzelle und Briefkastenkessen. Und mein Kommunion. Ja hör mir auf. Früh um 6 Uhr war die Blaskapelle vor der Haustür g'standen. Großer Gott, wir loben dich. Ey, da warst du aber senkrecht im Bett drin g'standen. Und die ham ja ned aufgehört. Wenn du ned genausgekommen bist, die ham ned aufgehört. Die ham 27 Chorel hintereinander gespielt. Bist du deinem Heiland, deinem Lehrer, bist du endlich von ner Trank g'standen warst. Dann ham die endlich mal a runde Schnaps gekriegt. Du hast als Kommunionkind auch gleich n Schnaps gekriegt. Auf nüchternen Machen. Du, da hast du aber zu tun gehabt, dass du in der Kirch die Kommunion kehrt's ja einigermaßen graut halb kannst. Das sind meine Erinnerungen an den Weißen Sonntag. Und das war ja alles letztes Wochenende. Weißer Sonntag, Fibo-Messe, Frankentatat und das Ende der Obenzeit. Osterferien. Ja, das war auch noch meine Fresse. Da waren's ja wieder alle unterwegs auf der Straße. Ende der Osterferien. Ich weiß nicht, dass man immer fortfahren muss über Ostern. Aber alle waren's ja wieder unterwegs. Und deswegen ist mein Platz Nummer 6. Der Osterurlaub. Ja, wo waren's ja wieder alle unterwegs. Unsere großen Politiker. Unsere Kanzlerin der Herzen war im Mittelmeer. Auf der Insel Istia. Und wie man sieht, hat's ja Spaß gehabt. Es ist modisch gekleidet in Frotte. Kann man noch als Handtuch verwenden. Das ist eine praktische Frau. Sie war auf Istia. Frank-Walter Steinmeier war in Südtirol. Also das ist jetzt nicht der Frank-Walter Steinmeier. Das ist ein Stein, wo der Meier gefunden hat. Und er hat's dann gleich in Facebook gesetzt. Aber der war in Südtirol, der Frank-Walter. Merkels Angela auf Istia. Und Toni Hofreiter von den Grünen war beim Casting für die nächste Staffel Bauersucht Frau. Wart ihr eigentlich euren Osterurlaub verbracht? Wart ihr fatt? Wir haben uns sowieso mal draußen auf der Straße umgehört, wo die Leute im Osterurlaub waren. Also, wo ich jetzt genau war, das kann ich jetzt anders so sagen, aber es war warm, die Sonne hat geschienen und auf einer bunten Blumenwiese haben zwei große weiße Kanickel, Peter und der Wolf getanzt. Ta, 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 ta. Also ich geh ja Ostern immer in die Kirche. Da ist Ostermesser, danach ist Osterfeuer, aber das wird ja auch immer schlimmer mit dem Osterfeuer. Du, die hatten heuer 20 Meter hohe Flammen, überall schwarzer Rauch. Ich hab den Ostersonntag, Ostermontag dann mitverbracht, die Fenster zu putzen. Ja, aber da tut keiner was, gell? Da kommt keiner. Und nicht mehr die Polizei. Also wir hatte ja heuer ein super Osterfeuer. Okay, ist ein kleines bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber das Altöl und die alte Reife, die Hemmacker, bränt wie die Sonne. Wahnsinn. Wir sind ja noch in die Disco. Bonnie Buddy, die geilsten Hasen überhaupt. Nee, man muss doch heuer in die Osterferien nicht unbedingt fortfahren. Das war doch super Wetter. Gut, das Wetter, das super Wetter war eigentlich erst nach Ostern, weil kurz vor Ostern war ja dieser Niklas, dieser Sturm, wo sämtliche Ostereier fortgeweht hat. Schneefälle, ey, ich hab schon gedacht, es geht auf Weihnachten zu. Ich war schon dran und drauf und auf dem Dachboden zu gehen und die Christbaumkuchen wieder runterzuholen. Ey, der Adventskranz hat schon gebrannt. Schön vom Fernseher. Und es war ja heuer wieder ein super Osterfernsehprogramm. Und die Krönung am Ostermontag, Tele 5, die erste Folge von DKKN. Der Glügere kippt nach meiner Nummer 5. Der Glügere kippt nach. Die Talkshow mit Hugo Egon Balder, Wiegald Boning und Hella von Sinnen. Also in der Show wird quasi ein Bier nach dem anderen gekippt. Die Hella hat das meiste drin gehabt. Und jetzt wissen wir auch, warum die Hella von Sinnen bisher im Fernsehen kein Alkohol gekriegt hat. Weil es ist unerträglich, wenn die Frau besoffen ist. Da kommt nämlich keiner mehr zu Wort. Der Glügere kippt nach. Eine Show unter Alkoholeinfluss. Das verkauft uns Tele 5 als neues Konzept. Hallo, eine Show unter Alkoholeinfluss. Das ist im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Normalfall. Alkohol kriegst du beim öffentlich-rechenlichen Fernsehen gar nicht. Das kriegst du höchstens noch als Profifußballer. Die sind ja meistens, sind ja schon so viele Profifußballer auch keller waren. Alkohol am Steuer oder geblitzt waren. Wie meine Nummer 4. Meine Nummer 4, die Schlagzeile schlechthin. Doni Groß zieht wegen 148 Euro vor Gericht. Was habt ihr euch zum ersten, wie ihr das gehört habt, das erste Mal gedacht? Was habt ihr euch gedacht? Vor die Reichen lernst du's sparen. Oder? Wir hätten die 148 Euro bezahlt und fertig wär's gewesen. Der feine Herr Weltmeister zieht vor Gericht. Mittlerweile hat er den Einspruch wieder zurückgezogen. Aber was war passiert? Doni Groß ist mit 37 kmh zu schnell geblitzt worden. Hat schon diesen Strafbefehl gekriegt mit 148 Euro. Und dann ist ihm wieder eingefallen, dass der das ja gar nicht war, wo geblitzt worden ist. Nee, er ist von einem Fahrzeug überholt worden. Und das Fahrzeug hat plötzlich abgebremst. Und deswegen ist er geblitzt worden. Sind wir ehrlich, Klingt auf jeden Fall glaubhafter wie ein großer weißer Vogel. Und Rotkäppchen und der Wolf haben sich am Blitzer zu schaffen gemacht. Klingt, nicht? Er ist überholt worden und das hat abgebremst. Die Ausrede, die muss ich mir merken. Wenn des die Merkels Anschlamme kriegt, dass der so eine Story da fabriziert, dann ist die aber nix mehr so oft bei den Fußballer unten in die Kabine drin. Unsere Kanzlerin der Herzen. Meine Platz Nummer 3. Weil die Merkels Angela, unser Heringsdösle, sie ist ja seit 15 Jahren Parteichefin der CDU und bei ihr kann man wirklich singen Du wirst alle Jahre schöner Weißt, früher Früher noch Prinz Eisenherz Jetzt Reichstagskuppel Und auch die Partei komplett verändert nach 15 Jahren. Früher war es noch CDU Jetzt ist es Merkel und irgendwas, was auch die SPD sein könnte. Aber 15 Jahre Merkel als CDU-Chefin und wer hat gratuliert? Unser ... ... Edmund Stoiber, unser bayerischer Helikopter. Und Friedrich Merz, der hat auch gratuliert. Friedrich Merz, den sie damals rausgemobbt hat. Ich weiß nicht, was die Frau gegen den in der Hand hat. Aber warum gratuliert er sonst? Unsere Kanzlerin hat sie das mit der Gratulation gar nicht mitgekriegt. Weil die ist ja immer unterwegs, immer auf Arbeit, immer da. Da ist ja Kiew, Moskau, Washington. Dann war es ja Friedensgipfel da in Minsk. Friedensmission, haben sie immer gesagt. Ja, unsere Friedenstauber aus der Uckermark ist wieder unterwegs. Ja, und Frieden ist ja wichtig. Auf der ganzen Welt, Frieden ist wichtig. Und gerade jetzt auch für unsere Bundeswehr ist es wichtig, dass Frieden ist. Dass sie nicht irgendwie in den Krieg verwickelt werden. Weil mit der Uschi ihrer Restorampe ... Da kann's ja kein Krieg mehr gewinnen, da geht ja gar nichts mehr. Ey, die Bundeswehr kommt ja aus den Schlagzeilen gar nichts mehr raus. Jetzt mit diesem G36-Gewehr. Und was sagt unsere Ursula von der Leyen, die Trümmerfrau der Bundeswehr, auf die Frage, können Sie uns sagen, ob durch das G36-Gewehr schon Soldaten zu Schaden gekommen sind? Da bilden wir eine Kommission. Frei nach dem Motto, was stellt mich das G36? Das ist die Sache von Thomas de Maizière. Jetzt bin ich die schärfste Waffe der Bundeswehr. Und deswegen geht auch mein Platz Nummer 2 ... An Ursula von der Leyen, die Rose vom Truppenübungsplatz. Ja, schwere Zeiten für die Bundeswehr. Und dazu haben wir uns noch einmal auf der Straße umgehört. Hey, das muss man sich mal überlegen. Jetzt funktionieren die Waffen bei der Bundeswehr auch schon nicht mehr. Die Waffen wollen quasi Frieden. Echt geiles Zeug, was ich da zur Zeit raub. Also, dass die Bundeswehr keine funktionierenden Waffen mehr hat, das wundert mich nicht. Ja, die haben ja alle unsere Jugendlichen. Ja bitte, so ein 16-Jähriger, der hat ja mittlerweile mehr Waffen zu Hause wie so ein ganzes Bundeswehr-Panzer-Bataillon. Ja, aber dann rufen wir die Polizei. Da kommt keiner. Also, ich frage mich ja bei der ganzen Aufregung, für was brauchen wir bei der Bundeswehr überhaupt noch Panzer-Unquerte? Wir haben nur die Ursula von der Leyen. Das ist ein bisschen zur Abschreckung reich. Das Komische an der ganzen Sache mit dem G36 ist ja jetzt bloß, dass es 13 Jahre lang mit dem G36 überhaupt keine Probleme gäbe. Das ist ja alles erst 2011 losgegangen. Gut, vorher ist ja jetzt auch bei der Bundeswehr nicht so viel geschossen worden. So viel war unsere Truppe dann nicht im Einsatz. Und das mit dieser Schussungenauigkeit und mit dieser ganzen Aussätze, das ist halt dann auch nicht so aufgefallen. Aber wenn ich jetzt mal so überlege, ich war ja auch bei der Bundeswehr. Grundausbildung. Jetzt wird mir endlich klar, warum ich damals die Zielscheibe immer nicht getroffen hab. Das war nicht ich, das waren die Gewehre. Das ist ja ... Und jetzt kämpft man ja bei der Bundeswehr auch noch ganz alte, ausgemusterte Leopard 2-Banzer zurück. Quasi direkt von der Schrottpresse gerettet und wieder zurück in die Kaserne. Und wie sagt unsere Ursula von der Leyen, unser Haubitzenröschen, ja, die sind noch gut. Die hübschen wir ein bisschen auf, da wird der Raumausstatter bestellt und dann sind die auch wieder schick. Und die Ursula ... Und die Ursula, die will ja mit diesem Panzerkauf hohle Strukturen in der Bundeswehr mit Gerät aufstocken. Hohle Strukturen, ich hab erst gedacht, die red vor die Generäle, aber nein. Die Ursula von der Leyen hat festgestellt, dass es bei der Bundeswehr Panzerbataillons gegeben hat, die überhaupt kein Panzer gehabt haben. Wie hat man sich das vorzustellen? Sind die in der Kaserne mit den Leiterwagen rumgefahren? Einer war obendrauf gesessen, hat immer bumm geschrien. Also, es gibt noch viel zu tun für Ursula von der Leyen. Und Mutter ist die gute Frau ja auch noch. Unsere Verteidigungsministerin, die Uftl. Unsere siebenfache Mutter. Aber die hat ja wenigstens irgendwann mal mit den Kinderkriechen aufgehört. Andere Mütter sind ja da nicht so. Und dann hat man dann so Schlagzeilen wie meine Schlagzeile von meiner Nummer eins. Berliner Lehrerin erwartet mit 65 Jahren Vierlinge. Ja, was ist denn da los mit unserer Rentner? Früher ging's als Rentner in den Schrebergarten, jetzt in den Kindergarten oder was? Hallo, Vierling mit 65. Wenn die Kinder Abi machen, dann ist die gute Frau 83. Dann dürfen die Kinder neben dem Abi auch noch gleich die Beerdigung vorbereiten. Ja, sag mal, die hat ja jetzt schon noch 13 Kinder und jetzt noch einmal vier. Und die ganze Welt fragt sich, warum kriegt die Frau so wenig Rente, dass er aufs Kindergeld angewiesen ist? 17 Kinder. Was hat die Frau vor? Übrigens, die Frau heißt auch noch Annegret. Also wenn man schon mal Annegret hess, da hess sowieso aufgepasst. Aber was hat die Annegret vor mit ihrer 17 Kinder? Will sie die Geburtenrate in Deutschland allein verdoppeln? Und was heißt das dann für uns? Kommt da vielleicht noch was? Kriegt sie vielleicht mit 70 nochmal Fünflig? Gut, das bleibt natürlich abzuwarten. Vielleicht wissen wir nächste Woche mehr. Denn das war's für heut. Aber wir sehen uns ja nächste Woche wieder, wenn's wieder heißt 3, 2, 1, Michael Müller. Und bis dahin sag ich gute Zeit. Das war's für heute. Bis dahin, schau mal kurz. Jetzt stehen wir wieder. Wir hören uns, bis dahin, abhinteren, aufhinteren. Das war's für heute. Bis dahin.